Einen wunderschönen guten Abend. Seien Sie ganz herzlich begrüft. Wir sind's und Sie sind's und genau so soll es sein. Toll, dass Sie wieder mit dabei sind. Tja, zwei homosexuelle Männer oder Frauen leben zusammen und ziehen Kinder groß. Sind Sie eine ganz normale Familie? Seit über zehn Jahren dürfen Männer bei uns Männer heiraten und Frauen Frauen. Sind solche eingetragenen Lebensgemeinschaften dasselbe wie die Ehe? Sollte der Staat sie also genauso behandeln mit steuerlichen Vorteilen wie dem Ehegattensplitting und dem gleichen Recht zur Adoption? Darüber wird in den letzten Wochen vor allem in und mit der CDU gestritten. Heftig, leidenschaftlich und oft unter der Gürtellinie. Wie weit muss oder darf Gleichberechtigung gehen? Sind die bürgerlichen Werte von Ehe und Familie wirklich überholt? Ist es eine schöne oder eine schreckliche Vorstellung, wenn immer mehr Kinder mit zwei Vätern oder zwei Müttern aufwachsen? Darüber wollen wir reden mit diesen Gästen. Volker Beck. Der Grünen-Politiker sagt, für Lesben und Schwule müssen gleiche Rechte wie für Heterosexuelle gelten. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Hedwig von Bewerförde. Die Sprecherin der Initiative Familienschutz widerspricht vehement. Die einzig wahre Ehe ist die zwischen Mann und Frau. Katharina Reiche. Die CDU-Frau stellt fest, unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Glauben Sie allen Ernstes, dass wir mit Leihmüttern und designten Kindern die Stärke eines Landes wie Deutschland erhalten können? Lilo Wanders. Mit bürgerlichem Namen Ernie Reinhardt. Der Schauspieler und Travestie-Künstler sagt, die deutschen Familienmodelle sind von vorgestern. Die Bürger sind viel offener als manche Politiker. Maren Kreumann. Die Schauspielerin hat sich vor fast 20 Jahren als lesbisch geoutet und das nicht bereut. Zwar haben die Rollenangebote danach erst einmal abgenommen, aber ich habe nun mal eine Schwäche für den aufrechten Gang. Und Philipp Gut, der stellvertretende Chefredakteur der Schweizer Zeitung Weltwoche kritisiert. Homosexualität ist zum politischen Programm geworden. Wer sich outet, wird zum leuchtenden Märtyrer einer bekennenden Kirche. Wer sich dem Kult widersetzt, den trifft der Bannstrahl. Sie sind zu Gast bei Maybrit Ilna. Zwei Männer und ein Baby. Zwei Männer und ein Baby haben wir zu Beginn der Sendung zwar nicht zu bieten, aber zwei Männer, die zwei Söhne haben. Schauen Sie mal. Eine ganz normale Familie. So sehen sich die Ribesells aus Berlin. Seit fast 20 Jahren sind Frank und Frank Bruno Ribesell ein Paar. Ihren Kinderwunsch konnten sie sich erfüllen. Sie wurden Pflegeeltern. Raphael kam vor zehn Jahren zu ihnen. Da war er zwei. Inzwischen besucht er das Gymnasium und singt begeistert im Chor. Etwas später kam der heute neunjährige Simon dazu. Die leiblichen Väter der beiden wollten die Vaterrolle nicht übernehmen. Und auch die Mütter konnten den Kindern kein Zuhause geben. Schule, Hausaufgaben und Freizeit. Simon muss los zum Fußballtraining. Raphael zum Klavierunterricht. Im täglichen Leben der Ribesells dreht sich alles um die Kinder. Wie in einer ganz normalen Familie. Ja, und heute Abend sind Sie bei uns, Frank Bruno und Frank Ribesell. Sie haben Kinder, die sind neun und elf Jahre alt. Wie oft müssen Sie sich rechtfertigen, dass da zwei Papis zu Hause sind, aber keine Mami? Frank Bruno? Tja, eigentlich nie. Wir mussten uns bisher eigentlich nie rechtfertigen, dass wir zwei Männer sind, die eben Sorge für zwei Kinder tranken. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das ein Thema war. In Ihrem unmittelbaren Umfeld, haben Sie das Gefühl, dass es für die Gesellschaft noch ein Problem ist? Ich glaube, die Gesellschaft ist viel weiter, als wir denken. In unserem unmittelbaren Umfeld, also die erste Einrichtung in die Raphael ging, als er ganz klein war und es ihm langsam bei mir ein bisschen zu langweilig war, war der katholische Miniclub bei uns in der katholischen Gemeinde. Und danach ging es weiter in die evangelische Gemeinde, in den Kindergarten. Und wir haben immer nur Zuneigung erfahren. Wir haben immer nur Zustimmung erfahren. Interesse, Neugier und ganz oft natürlich auch ein Outing. Ja, bei uns, mein Bruder ist auch schwul und der hätte auch so gerne eine Familie und Kinder. Also wir können sagen, uns ist nie was von Diskriminierung passiert. Und auch keine skeptischen Eltern? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also auch in der Schule, nicht Eltern, die dann gesagt haben, Jungs sind jetzt bald in der Pubertät. Können zwei Männer den Kindern eigentlich geben, was ihnen normalerweise die Mutter in einer Familie gibt? Frank? Das Bild wirkt ja sehr stark. Also wir sind präsent in der Schule. Wir bringen die Kinder gelegentlich hin, sind auf den Elternabenden. Also die anderen Leute sehen uns da und dann stellen sie fest, alles in Ordnung. Also vor allem in meinem Kindergarten und Schule, da hat man es meistens mit Frauen zu tun. Da ist jeder Mann, der mal auftaucht, da auch willkommen. Gern gesehen. Gern gesehen. Und viele von Raphael und Simons Klassenkameraden sagen, ja, ich habe zu Hause nur eine Mama und du hast gleich zwei Papas. Wie kann das sein? Also die Familienvarianten sind so vielfältig heute, dass diese Vielfalt ja die Bereicherung ist. Und in einer Stadt wie Berlin, da spielt das gar keine Rolle mehr. Homosexuelle Paare dürfen nach Lage des Gesetzes heute ja Kinder nicht adoptieren. Waren insofern die Variante Pflegekinder zu wählen eigentlich die einzige in Frage kommende, ob ihres Kinderwunsches? Ja, also das ist richtig beschrieben. Wir können ja nicht gemeinsam adoptieren, das ist uns verwehrt. Aber wir können Pflegekinder aufnehmen. Und diesen Weg, den sind wir gegangen vor vielen Jahren und den haben wir bis jetzt auch nicht bereut. Nun sagen Sie, Sie haben zwei schwarze Kinder, weil die Jungs eben aus anderen Familien kommen. Das haben wir in dem Film auch gezeigt. Gab es damit irgendein Problem? Sie haben sich um diese Kinder beworben, hatten ganz normal auch diese entsprechenden Gespräche mit den Institutionen, mit dem Jugendamt? Genau. Ja, also das Jugendamt hat schließlich entschieden, welche Kinder zu uns kommen sollten. Die haben sich da ihre Überlegungen gemacht. Uns war das völlig gleich. Wir haben gesagt, Hautfarbe spielt für uns überhaupt keine Rolle. Denn es ist offensichtlich, wenn zwei Männer mit zwei Kindern unterwegs sind und die nicht die gleiche Hautfarbe haben. Und das ist völlig klar, dass das eben unsere Pflegekinder sind und wir nicht leiblich verwandt sind. Und wir spielen immer mit offenen Karten. Das ist heute auch üblich, sowohl in Adoption wie in Pflegeverhältnissen, dass man klar sagt, wo man herkommt, wie die Biografie von ihm ist. Und das war also gar kein Thema. Das war kein Problem. Und wir haben gesagt, die Kinder haben ja alle eine Herkunft, die auch nicht immer einfach ist. Und wir haben von vornherein gesagt, Kinder mit dunkler Hautfarbe oder Kinder von psychisch kranken Eltern wären für uns überhaupt kein Problem. Würden sie auch nehmen. Ja, so war das bei uns. Und nochmal ein Blick in die Zukunft. Frank, was machen Sie eigentlich als Vater, wenn die beiden Jungs jetzt kommen und heterosexuelle Beziehungen leben, mit zehn Kindern nach Hause kommen? Wie geht ihr damit um? Das ist ganz normal. Also so wird das wahrscheinlich kommen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Wir wissen es aber nicht. Also die Kinder sind noch nicht so alt. Und mal sehen, was die Zukunft bringt. 9 und 11. Ist noch ein bisschen. Nicht mehr lang, aber ist noch ein bisschen. Frank Bruno und Frank Revesal. Toll, dass Sie heute Abend bei uns sind. Danke. Friedrich von Gehversade ist heute Abend bei uns. Sie kämpfen für die Familie. Und zwar für die Familie, wie wir sie in konventioneller Form kennen. Frau Befer-Förter, sind die Rebesalz in Ihren Augen eine normale Familie? Nein, würde ich nicht sagen. Also normal, so wie eine normale Familie, so wie es in unserer aller Köpfe im Allgemeinen drin ist, sind Riesams bestimmt nicht. Sonst hätten Sie sich ja auch sicherlich nicht gefragt, ob Sie denn nicht komisch angeschaut werden. Das mag natürlich in Berlin ein bisschen anders sein, das kann ich mir schon vorstellen. Denn hier gibt es ja nun sehr viele Homosexuelle, das ist ja bekannt. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass in Berlin das also durchaus eher als normal angesehen wird. Sind Sie eine richtige Familie? Ja, die Familie definiert sich von innen. Und wenn die sagen, wir sind eine Familie, genauso wie zwei heterosexuelle Frauen, die 20 Jahre zusammenleben, sagen, das ist meine Familie, das ist meine Frau an meiner Seite, die müssen gar nicht lesbisch sein, das kenne ich. Oder mein Freundeskreis ist meine Familie. Ich finde, die Familie definiert sich durch die Betreffenden. Sagt Lilo Wanders. Rechts von ihr sitzt ein Journalistenkollege von der Weltwoche. Herr Gut, sind die Riebesalz in Ihren Augen genauso gute Eltern wie gegebenenfalls Sie und Ihre Frau für Ihre beiden Kinder? Sie haben auch zwei. Also ich würde mich davor hüten, jetzt Ihnen zu unterstellen, dass Sie keine guten Eltern sind. Ich glaube auch, dass das im Einzelfall durchaus funktionieren kann. Ich würde aber doch sagen, wenn man jetzt betont hier von Lilo Wanders von anderer Seite, das sei völlig normal, dann muss ich klar sagen, es ist bestimmt nicht normal. Zur Ehe gehört dazu, das ist zentral, dass man sich fortpflanzen kann, dass man die Art erhalten kann. Das können Schwule, das können Lesben per Definition nicht. Also von da ist es ganz bestimmt keine normale Ehe. Ich würde, wie gesagt, nicht sagen, dass das irgendwie im Alltag nicht durchführbar ist. Ich würde nie so weit gehen, jetzt persönlich zu sagen, die beiden machen das falsch. Das wäre vollkommen daneben. Das ist ihr Entscheid, die sollen das tun. Ich finde aber doch, dass es diesen Unterschied gibt. Und wenn man natürlich schaut, auch von der Kirche her, das Institut der Ehe, woher kommt das? Jetzt aus liberaler Sicht könnte man sagen, der Staat hat sich in biologisches, in privates gar nichts einzumischen. Aber wenn man natürlich die Geschichte anschaut, dann kommt das von der Kirche her, von der Kultur. Und dann ist natürlich die Ehe etwas Spezielles. Und man hat nicht zwei Individuen gesegnet in der Ehe, sondern man segnet eben eine bestimmte Relation, also eine Beziehung. Und diese Beziehung ist eben das Entscheidende. Es ist das Andersartige von Mann und Frau. Es geht auch um die Ergänzung zwischen zwei Lebewesen. Die schwulen Partnerschaften, Lesben, hat auch vielleicht ein bisschen was Narzisstisches. Man liebt einen eigenen Typ, was man selber ist. Die Ehe ist insofern was anderes. Man geht auf das Gegenüber zu. Und es ist ganz klar, der Arter halt, das wäre nicht gegeben, wenn das die normale Ehe wäre. Also von daher ist das eine politisch korrekte Verfehlung, wenn man sagt, das ist eine intellektuelle Fehlleistung, wenn man sagt, das sei normal. Man kann sagen, man akzeptiert das, aber normal ist das ganz sicher nicht. Okay. Sagt Philipp Gut von der Weltwoche. Und dann gehen wir mal in das politische Pärchen dieser Sendung. Im schönsten Sinne des Wortes Katharina Reiche, Sie sind Staatssekretärin im Umweltministerium, in der CDU sowieso und auch schon lange. Und haben da auch in Sachen Familienpolitik in den letzten zwölf Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Aber auch mal zuerst ganz konkret die Frage, sind die Riebesels in Ihren Augen eine normale Familie? Sie leben ohne Zweifel familiäre Beziehungen, geben ihren Pflegekindern Zeit, Liebe, Zuwendung. Und gleichwohl ist es keine klassische Familienbeziehung, denn das ist schon richtig. Ehe und Familie stehen ja nicht im Grundgesetz unter Schutz, weil sich das irgendjemand ausgedacht hat, sondern weil unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft von Voraussetzungen lebt, die sie nicht selbst erfüllen kann. Der Staat kann Menschen nicht sagen, Gott sei Dank, ich kriege Kinder. Aber wenn die Kinder da sind und Eltern eine Erziehungsleistung vollbringen und dieses Jahr unbezahlbar, dieser Dienst an der Gesellschaft, dann verdient es denen besonderen Schutz. Und das können in der Tat nur Mann und Frau. Das ist nicht an die Ehe gebunden. Das Grundgesetz definiert nicht, was ist eine Familie. Aber das Grundgesetz schützt diese besondere Beziehung und diese besondere Möglichkeit, zwischen Mann und Frau Kinder zu bekommen und natürlich dafür zu sorgen, dass wir nicht dramatisch weniger werden. Wir werden ja langsam weniger, aber wir werden weniger. Okay. Frage an den politischen Counterpark. Volker Beck. Das ist ja eine interessante Frage, dass es Männer und Frauen, die homosexuelle Beziehungen leben, schwer haben. Liegt das ausschließlich an der unverständigen Umwelt oder liegt es in Bezug auf die Ehe und in Bezug auf Adoption auch in der Natur der Sache? Es liegt nicht in der Natur der Sache, aber es liegt in der Natur der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel erreicht, auch gerade durch die Diskussion über die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Aber wir sind weder in der Gesellschaft noch in der Gesetzgebung am Ziel angelangt. Wobei das, was Frau Reiche hier anführt, das wundert mich schon ein bisschen. Sie ist ja jung, auch gemeinsam wie ich, war sie 1949 noch nicht auf der Welt. Aber die Schlacht, die sie gerade noch mal gewinnen will, die hat die CDU 1949 im Parlamentarischen Rat verloren. Da wurde nämlich die Ehe und die Familie jeweils um der Menschen, die in dieser Konstellation willen, geschützt und nicht, wie in der Weimarer Reichsverfassung, noch die Ehe als Keimzelle der Familie. Und das hatte seinen Grund, weil wir hatten davor den Nationalsozialismus, wo der Staat in das familiäre und eheliche Zusammenleben, in die Intimsphäre der Menschen eingedrungen ist mit seinen politischen Vorgaben, mit Repressionen, mit seinen rassistischen, rassebiologischen Ideen und dergleichen. Und da hat man gesagt, Ehe und Familie sind ein Freiraum. Es steht im Grundrechte-Katalog und nicht im Institutionenschutz. Das heißt, hier verwirklichen wir Menschen Freiheitsrechte. Und diese Freiheitsrechte stehen jedem in der Bundesrepublik, anders als im Dritten Reich und in anderen Gesellschaftsformen, unabhängig von der Religion, von der Herkunft und eben auch von der sexuellen Identität zu. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in vier Urteilen hintereinander gesagt, dieses Argument, ihr könnt die Lebenspartnerschaft benachteiligen wegen Artikel 6, ist keins. Weil die Ehe und die Lebenspartnerschaft die gleichen Pflichten haben, dann müssen sie auch die gleiche Rechte haben. Und bei den Familien hat das Verfassungsgericht schon in den 90er Jahren gesagt, wir schützen nicht die eheliche Familie. Wir schützen jede Familie. Die große Kindschaftsrechtsreform schützte vor allen Dingen die nicht-ehelichen Familien um der Kinderwohnung. Und deshalb sollten wir die Politik an den Kindern ausrichten und nicht an der Familienform, die die Eltern für sich gewählt haben. Ja. Maren Kräumann, geht gleich in die Debatte. Hat sich, woanders rum, großartige Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, hat sich vor 20 Jahren geoutet. Wie sehr ärgert es Sie, Maren Kräumann, dass wir heute noch, dass Schwule und Lesben heute noch, so darum kämpfen müssen, eine Familie gründen zu können? Ja, ich habe mich auch gewundert, dass das alles nicht schneller ging. Ich meine, es ist sehr viel passiert. Dank Volker Beck übrigens auch. Es sind manchmal einzelne Personen, die ganz viel bewirken für uns auch. Aber ich wundere mich schon, dass diese Diskussion wieder geführt wird. Und das sind so Argumente, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Also Herr Gutz sagt, die Ehe definiert sich dadurch, dass potenziell Kinder gekriegt werden können. Es gibt ganz viele Ehepaare, die gar keine Kinder haben. Ich wiederum kenne Lesbenpaare, die sehr wohl Kinder kriegen. Also ich finde auch absolut, es soll sich daran ausrichten, ob Kinder da sind. Und es wird häufig beklagt, auch von Frau Reiche, dass wir zu wenig Kinder haben. Also wenn jetzt Homosexuelle gerne Kinder irgendwie zeugen oder adoptieren wollen, ist es doch gut. Bitte lasst sie. Es ist doch klar, dass es keine schlechteren Eltern sind. Es geht darum, ob die Kinder geliebt werden und ob sie Zuwendung bekommen. Und ich finde, also in heterosexuellen Patchwork-Familien wird den Kindern eventuell sehr viel mehr zugemutet. Das sind auch mal zwei oder drei Väter. Genau, zum Beispiel. Nun hat sich ausgerechnet, Frau Bewefer, jetzt hat sich ausgerechnet die Bundesjustizministerin von der FDP, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, dafür eingesetzt, dass es eine vollständige Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften mit Heterosexuellen geben soll und dass es auch das Recht auf Adoption geben soll. Und hat damit tatsächlich nun auch eine Diskussion innerhalb der CDU ausgelöst. Haben Sie eine Ahnung, warum die FDP sich da so positioniert, wie sie sich positioniert? Das kann ich nicht sagen, möchte ich mich auch gar nicht so einlassen, warum die FDP jetzt, die Probleme der FDP soll sie selber lösen. Interessant ist einfach die Frage, ob wir das eigentlich, deswegen finde ich das klasse, dass Sie eben das Kindeswohl angesprochen haben, Herr Beck, ob das zum Beispiel mit dem Kindeswohl alles so vereinbar ist. Und das sind ja im Grunde die Fragen, die uns hier wirklich auch bewegen. Jetzt sagen Sie mal, warum es mit dem Kindeswohl nicht vereinbar sein soll. Moment, Moment, Herr Beck. Das sind Sie ja nachweispflichtig. Ich bin überhaupt nicht nachweispflichtig, sondern umgekehrt ist es ja im Moment noch so, dass eben die Kinder von Ehepahnen adoptiert werden. Wenn der Staat benachteiligt, muss er beweisen, dass es ein vernünftiger Grund ist, warum er benachteiligt überhaupt niemanden. Sondern der Staat bestätigt im Grunde nur das, was ist. Das ist nämlich das, wie gesagt, das Natürliche, dass Mann und Frau zusammen die Kinder zeugen, aufziehen und Pflegen erziehen und so weiter können. Das ist das Natürliche und das wird im Grunde zur Zeit, und das will ich hoffen, dass es auch so bleibt, von unserem Grundgesetz geschützt. Und ist der Zweck der Ehe also, Kinder zu kriegen? Der letzte Zweck der Ehe ist natürlich, Kinder zu kriegen. Und es ist interessant, was Sie eben gesagt haben, Frau Körmann. Dann dürfen wir ja mit 50 nicht mehr heiraten. Moment, 83 Prozent. Oder? Also wenn ich biologisch richtig informiert bin, dann gibt es gar keinen. Es ist zum Beispiel, um dieses Argument mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, dass so viele Ehen angeblich kinderlos seien. 83 Prozent der Ehen, aus 83 Prozent der Ehen gehen Kinder hervor. Das sind die neueste Mikrozensuszahlungen von 2011. Und jedes dritte Kind wird nicht ehrlich geboren. Jetzt können wir uns Zahlen pausenlos um die Augen werfen. Ich habe sie auch gelernt. Ich habe gerade gesagt, aus 83 Prozent der Ehen gehen Kinder hervor. Und? Vielleicht machen Sie es nochmal konkret, Frau Biberford. Was glauben Sie, geht Kindern verloren, die nicht in dieser klassischen Ehe, in dieser Mutter-Vater-Konstellation groß werden? Was haben die dann nicht? Es geht Ihnen der Vater oder die Mutter, je nachdem, ob es nun ein lesbisches Paar ist oder entsprechend einfach verloren. Sie haben diese Erfahrung nicht. Sie haben diese Beziehung zum gegengeschlechtlichen oder auch zum gleichgeschlechtlichen Elternteil. Die können Sie nicht aufbauen. Und wir wissen im Grunde heute alle noch gar nicht, was das für Auswirkungen auf die Kinder haben kann. Nein, das wissen wir nicht so genau. Das Bundesrepublik zumindest hat eine lange Studie und auch international vergleichen. Die haben wir auch gleich da. Die können wir auch gleich zeigen. Aber vielleicht ist erstmal der politische Streit nochmal ganz interessant, Frau Reiche, weil Sie sich da sehr eingemischt haben. Sie haben in einem Wortartikel beschrieben, dass Sie sich Ihren 13 Kollegen Abgeordneten in der CDU ausgerechnet nicht anschließen möchten, die nun wiederum dafür plädiert haben, dass es mehr Gerechtigkeit, um nicht zu sagen, mehr Gleichheit für die Homosexuellen wie für die heterosexuellen Paare gibt. Und haben darauf, und vielleicht gucken wir uns das nochmal an, haben darauf eine ziemlich herbe Reaktion bekommen, was gegebenenfalls ja auch für etwas spricht. Katharina Reiche wollte klare Kante zeigen. Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Neben der Euro-Krise ist die demografische Entwicklung die größte Bedrohung unseres Wohlstands. Die Homo-Ehe als Gefahr für den Wohlstand? Auf Reiches Facebook-Seite bricht daraufhin ein Wutsturm aus. Die NPD sucht noch eine Sekretärin. Sind Sie geisteskrank? Hören Sie auf, damit Schwule und Lesben wie Bürger zweiter Klasse zu behandeln? Hasspredigerin gegen Homosexuelle? Reiche wird es zu viel. Sie nimmt ihre Seite zeitweilig vom Netz. Sofort gründet sich eine Protestseite mit dem Namen Keine Zukunft mit Katharina Reiche. In kürzester Zeit sagen fast 10.000 Facebook-User Gefällt mir. Frau Reiche, ist die Homo-Ehe in Ihren Augen wirklich eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland, für die Stärke oder die Kraft Deutschlands, so haben Sie es, glaube ich, formuliert? Das habe ich. Das ist eine Interpretation, die vorgenommen wurde, die sich im Internet verselbstständigt hat. Und ich glaube, dass die wenigsten, die irgendetwas anklicken, tatsächlich sich dann noch mit dem Ursprung beschäftigt haben. Wir sind tatsächlich in einer demografisch komplizierten Situation. Sie sagen, die demografische Entwicklung ist... Die ist auch tatsächlich kompliziert, weil wir werden weniger die Prognosen sagen und zeigen uns, dass eine Kinderarmut, ungefähr 1,4 Kinder pro V, dazu führt, dass wir in eine Situation kommen, wo zu wenig Kinder da sind, eine ältere Generation zu pflegen, auch innovativ zu sein. Und es sieht in anderen Ländern eigentlich ganz anders aus, wenn man sich Frankreich anschaut oder auch die skandinavischen Länder. Frankreich führt gerade die Ehe für 106 Stelle ein. Wir sind dann schließlich an der Liste da. Wir haben, Herr Weck, auch in dieser Koalition, auch in der großen Koalition, das Institut Lebenspartnerschaft weiter aufgewertet. Auch wir haben Ungerechtigkeiten, die bestanden, versucht zu beseitigen. Und dennoch gibt es für mich einen letztlichen Unterschied. Der Unterschied besteht eben darin, dass nur aus einer Verbindung zwischen Mann und Frau Kinder hervorkommen können. Das ist nicht an die Ehe gebunden. Da möchte ich auch tatsächlich widersprechen, weil natürlich gerade in den neuen Ländern die meisten Kinder in nicht-eheliche Beziehungen geboren werden. Und auch mir geht es tatsächlich um das Kindeswohl. Aber da möchte ich ganz gerne nochmal einhaken, Herr Weck. Wenn wir vom Kindeswohl ausgehen, habe ich einen Experten in Erinnerung, der beschrieben hat, durch welche Traumata Kinder vor eine Adoption gehen. Und er hat darauf hingewiesen, dass für ein Kind es eine traumatische Erfahrung ist, zunächst die Mutter zu verlieren oder die Eltern zu verlieren oder aus Verhältnissen zu kommen, die unglaublich belastend sind. Und die Aufgabe des Staates und des Adoptionsrechts ist es ja nicht, adoptionswilligen Eltern ein Kind zuzuführen, sondern einem Kind die bestmögliche Umgebung zu geben. Und hier ist der Staat gefordert, Ihnen eine Situation zu ermöglichen, die, und das ist in unserem Land so, Herr Beck, die überwiegende Mehrheit lebt, Mann und Frau. Und die Hürden für eine Adoption sind schon für Paare gleich unterschiedlich. Herr Beck antwortet gleich auf Ihre Frage. Sekunde. Und es muss kompliziert sein, weil es geht am Ende ums Kind. Die Frage ist verstanden, Herr Beck ist gleich dran. Ich möchte trotzdem vorher noch eine politische Frage stellen. Warum glauben Sie, vielleicht können Sie das ein bisschen ausführlicher beantworten, warum glauben Sie, gibt Frau Leutheuser-Schnarrenberger jetzt mit diesem Gesetzentwurf dem gleichen Recht zur Adoption als auch der kompletten Gleichstellung von homosexuellen Paaren diese Diskussion nochmal Nahrung? Warum macht die Ministerin das und wie werden sie sich im Kabinett verhalten? Sie sitzen mit ihr in einer Region. Warum sie das macht, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch, dass ein altes Gesetz gilt des damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, dass kein Gesetz so den Bundestag verlässt, wie es reingekommen ist. Wir werden darüber intensiv debattieren. Und Mehrheitsmeinung in meiner Partei, in meiner Fraktion ist, dass wir eine unterschiedliche Gewichtung haben wollen, dass wir Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz haben wollen, anerkennend, dass in der Lebenspartnerschaft Werte gelebt werden, die wir auch anerkennen. Aber wir meinen tatsächlich, dass spätestens bei der Adoption ein Punkt erreicht ist, Herr Beck ist dran mit folgender Frage. Kindern wird mit einer Adoption ohnehin schon eine Menge zugemutet. Kann nun das homosexuelle Elternpaar noch drauf? Also darum geht es überhaupt nicht. Also bei dem Adoptionverhältnis, nein, wenn Sie mich ausreden lassen, dann will ich Ihnen erklären, was der Gesetzgeber zu entscheiden hat und was ganz andere Institutionen am Ende zu entscheiden. Dann können Sie immer noch den Gesetzgeber erklären. Ja, es geht ja nicht darum, dass durch das Adoptionsrecht irgendein Erwachsener ein Recht auf ein Kind bekommt. Sondern es geht darum, dass bei der Entscheidung, wo kommt dieses Kind hin, was ist das Beste für dieses konkrete Kind, seinem Kindeswohl gemäß, nicht diskriminiert werden soll, ob es ein homosexuelles Paar ist oder ein heterosexuelles Paar. Und das Absurde, was wir im heutigen Recht ja haben, ist ja nicht so, dass Homosexuellen die Adoption verboten ist. Frau Kräumann und ich, Lilo Wanders, wir können alle einzeln ein Kind adoptieren. Aber wenn wir ein Paar sind und eine Partnerschaft haben, dürfen wir es nicht zusammen adoptieren. Und das ist nur zum Nachteil des Kindes. Weil es hat nur eine sorgeberechtigte Person, es hat nur eine unterhaltsverpflichtete Person, es hat nur eine Person gegenüber, der es erbberechtigt ist. Und es ist für die vielen lesbischen Familien, die es gibt, oftmals ein riesenbürokratischer Akt, wenn ein Kind hineingeboren wird in diese Lebenspartnerschaft, dass erst nach einem Jahr oder zwei Jahren die zweite Partnerin im Wege der Stiefkindadoption dieses Kind noch zusätzlich annehmen kann. Das sollten wir entbürokratisieren und im Sinne des Kindeswohls modernisieren. Das heißt aber nicht, dass dann die homosexuellen Paare beim Jugendamt Schlange stehen und sagen, ich will jetzt meinen Rechtsanspruch auf ein Kind einlösen. Das geht nämlich nicht. Sondern das Jugendamt muss weiter entscheiden. Was ist für dieses konkrete Kind das beste Elternpaar, die beste Familienkonstellation, in die ich sich hineingeben kann? Und da will ich nicht Homosexuelle bevorzugen, aber ich will sie auch nicht benachteilen. Wir geben die Frage weiter an Frau Sekunde, an Frau Bekerkorde. Wie heuchlerisch, wie tellogen ist es eigentlich, dass die Adoption für Einzelne von Kindern aus, die sie aus ihren heterosexuellen Beziehungen haben, möglich ist, aber dass der homosexuelle Partner im Grunde verschwiegen werden muss. Was ist das für eine schöne Lösung? Also ich finde, das sind ja im Grunde Mittel und Wege, die genutzt werden können von Homosexuellen und die auch ganz konkret heute real genutzt werden. Dass Kinder gewissermaßen gezeugt werden, um dann entsprechend von einem adoptiert werden zu können und so weiter. Das kann ja hier überhaupt nicht das Thema sein. Wissen Sie, wie viele Bewerber auf ein Kind kommen? Wie viele Eltern sich ein Kind wünschen, die ein Kind adoptieren möchten? Sieben Bewerberpaare kommen auf ein Kind. Ich weiß wirklich nicht, warum man irgendeinem solchen Kind den Vater oder die Mutter jeweils, also die Erfahrung von Vater und Mutter sozusagen vorenthalten sollte, um letztendlich einer kleinen Gruppe, die wirklich, Entschuldigung, Herr Beck, einfach zahlenmäßig doch sehr klein ist. Ich weiß, Minderheiten hatten Sie in Deutschland immer schon ein bisschen schwer. Das ist aber kein Argument unter Demokratie. Es geht um das Kindeswohl. Es geht ja um das Kindeswohl, das hatten wir ja schon. Und stellen Sie sich mal vor, ein Bekannte von mir haben gesagt, wenn dem was passiert, wollen Sie, dass mein Mann und ich sich um diese Kinder kümmern. Das geht aber dann rechtlich nicht, weil Sie sagen, das ist ja nur ein seltener Fall, der auftreten kann. Und das ist absurd und das ist zynisch und Prinzipialismus. Entschuldigung, wir reden über die Frage, ob homosexuelle Beziehungen Kinder adoptieren sollen, ob das ein legaler Vorgang werden soll. Und zwar solche, die eingetragene Lebenspartnerschaften eingegangen sind. Da sind wir uns doch einig. Genau, Moment, wissen Sie, wie viel Prozent das sind von sämtlichen statistisch erfassten Lebenspartnerschaften in Deutschland? Wissen Sie das? Die sich überhaupt ein Kind wünschen? Nein, die eingetragenen Lebenspartnerschaften von Gleichgeschlechtlichen. Es sind 0,1 Prozent, von denen wir hier sprechen. Und die sollten das Recht haben. Aller Ehepaare und Lebenspartnerschaften, die nicht ehelich sind. Wir geben einfach nur ein... Davon sprechen wir gerade schon. Wir geben diese... Wir geben auch noch ein... Ich frage mich nur, ob wir nicht hier irgendein Thema besprechen, was angesichts dessen, was in unserem Land los ist, nämlich, dass wir viel zu wenig Kinder haben. Gut, aber jetzt ist nun mal das Thema unserer Sendung. Und es ist einerseits eine kulturelle, es ist eine juristische und es ist eine gesellschaftliche Frage. Lilo, wann das kriegt die Frage präsentiert, warum sich Homosexuelle eigentlich zwingend etwas wünschen, was der eine oder andere liberale Geist als ausgesprochen spießig abtun würde, nämlich ausgerechnet die Ehe und Kinder. Aber das kam ja eben gerade, es sind nur 0, wie viel Prozent. Aber die sollten es dürfen. Ich verstehe das alles nicht. Für mich ist es doch selbstverständlich, dass alle Menschen die gleichen Rechte wie die gleichen Pflichten haben. Warum sollen wir eine Gruppe ausnehmen? Ich meine, wir können auch über die normale Ehe reden. Wie viele Ehen werden geschieden? Jede zweite, soweit ich weiß. Und die Kinder, was passiert mit denen? Die sind zerrissen zwischen den Eltern. Das kann man immer wieder drüber reden. Aber es darf doch nichts eingeschränkt werden. Ich verstehe Ihre Argumentation nicht. Sie haben doch selbst Kinder. Sehr glücklich, sehr viele Menschen. Und was ich über Sie gelesen habe, sind Sie ja tagsüber quasi Vater. Und jetzt heute Abend sind Sie Lido Wanders. Lido Wanders, genau. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht existiere. Aber wir können gerne abstrakter darüber reden. Nein, aber Sie haben ja verschiedene Rollen. Das ist die Mutter, das ist ein Scheiß. Ja, genau. Also Sie kennen das ja, dass Sie, Sie haben ja eine, bürgerlich sind Sie sozusagen verheiratet mit einer Frau und haben zusammen Kinder. Richtig? Ganz genau. Und insofern wissen Sie auch gut, kennen Sie das genau wie ich. Ich habe drei Kinder. Ich habe mit meinem Mann drei Kinder. Sie wissen, also Sie kennen also die Erfahrung, was das bedeutet, wenn Kinder, also die Tochter, den Vater erlebt. Da gibt es also ganz bestimmte, einfach auch in der Entwicklung eines Kindes, gibt es da Phasen, wo also der jeweilige Geschlecht, der jeweilige Vater oder Mutter, also wirklich auch wichtig ist. Am Anfang war es zum Beispiel so, dass bei unserer Tochter, ich warnte nicht wichtig, war in den ersten drei, vier Jahren. Und dann plötzlich entdeckte sie den Vater. Da wurde der Vater einfach als Mann auch, ja. Also in seiner, er war einfach anders, wurde er für sie wahnsinnig wichtig. Und das sind einfach Dinge, die kann ein gleichgeschlechtliches Paar einem Kind nicht bieten. Es gibt nichts. Woher nehmen Sie diese Kinder? Ja, da ist kracht. Da kriege ich eine Fälle dafür. Wir können vielleicht uns nochmal anschauen, was unser Publikum dazu sagt. Es war hochinteressant, was sich wiederum in unserer Internetseite abgespielt hat. Vielleicht fangen wir mal mit der Frage von Steven Westzeit an. Der äußert den hübschen Gedanken, für mich ist klar, wir brauchen Ehe und Familie nicht vor Homosexuellen zu schützen. Sie beißen doch nicht. Und außerdem bauen die normalen Eltern mindestens genauso viel Mist mit ihren Kindern. Das ist einigermaßen salopp formuliert, Herr Gut, aber muss man da nicht nicken? Muss man nicht sagen, Kinder sind auch in sogenannten normalen Ehen gegebenenfalls Gewalt ausgesetzt, Alkohol ausgesetzt, irgendwie hässlichen Attacken ausgesetzt. Das passiert tatsächlich auch nicht. Auf der Abdechenheit des Vaters zum Beispiel ausgesetzt? Auf der Abdechenheit ausgesetzt? Ja, sehr häufig. Selbstverständlich sind die das, aber das ist ja nicht das Argument hier. Das Argument von Herrn Beck vorher war, man ist benachteiligt, wenn man zum Beispiel jetzt nicht Kinder adoptieren kann. Man muss das schon ein bisschen juristisch genau sehen. Wenn man nicht diskriminiert ist, ist das noch lange nicht identisch mit, man muss gleichgestellt werden. Nehmen wir zum Beispiel das Ausländerrecht. Ein Ausländer kommt hierher, darf hier leben, er wird nicht diskriminiert, er wird nicht, man rennt nicht hinter ihm her, er wird nicht mit Gewalt bedroht, er hat alle Rechte, die er hat. Aber er hat nicht alle Rechte. Zum Beispiel kann er nicht am ersten Tag, wenn er in die BRD kommt, abstimmen. Es gibt unterschiedliche Rechte. Und die totale Gleichstellung ist nicht identisch mit nichts. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass wenn man nicht diskriminiert ist, ist das auch nicht gleich bedeutet, dass man Anspruch hat auf alle Rechte. Es gibt bestimmte Rechte für bestimmte Institute, beispielsweise für die jetzt reserviert sind. Wenn man das ändern will, ist das eine gesellschaftliche Diskussion, da bin ich dabei. Wenn das demokratisch mehrheitlich beschlossen wird, no problem, dann soll man das machen. Aber man kann nicht so kommen und sagen, wir sind diskriminiert, wir sind Opfer, wir haben einen Rechtsanspruch darauf, Kinder zu adoptieren. Sowas gibt es einfach nicht. Es gibt kein Recht, dass man das einfach kann. Also das Bundesverfassungsgericht ist systematisch anderer Auffassung als die, weil das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Lebenspartnerschaften, deshalb bin ich nicht so ganz auf dem Holzweg, wenn die Richter in Karlsruhe das so sehen, die haben gesagt, die Lebenspartnerschaften haben die gleichen Verpflichtungen. Lebenslang Unterhalt, sie müssen füreinander einstehen, in guten und in schlechten. Und deshalb müssen sie auch die gleichen Rechte bekommen. Und ich garantiere, das wird bei Ihnen beim Adoptionsrecht und beim Ehegattenspitting genauso entschieden wie bei der Grunderwerbsteuer, beim Familienzuschlag, beim Beamtenrecht, bei der Hinterbliebenenversorgung, bei der Erbschaftssteuer, bei der Schenkungssteuer. Da hat das Bundesverfassungsgericht immer gleichlautende Grunderwerbsteuer. Das kann ja auch alles sein und trotzdem muss es ja nicht gut finden. Sie können sich gegen die Verfassung wenden, das dürfen Sie, Frau Reiche. Herr Beck, wissen Sie, Sie kommen sofort, wenn man nicht Ihrer Meinung ist, ist man gegen Sie. Stellt man Sie nicht auf genau die gleiche Stufe, dann diskriminiert man Sie. Ich finde das bedauerlich, dass wir über dieses Thema sprechen, in einer Art und Weise, wo Sie den anderen zu nahe treten. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, ich respektiere Ihre Lebensform, Ihre Lebensart, respektive Ihren Kampf, den Sie ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern führen. Und dennoch müssen Sie auch uns, mir meine Meinung lassen, dass ich glaube, dass das Beste für ein Kind Vater und Mutter sind. Und auch ich erlebe meine Kinder, dass sie sich an der Verschiedengeschlechtlichkeit ihrer Eltern reiben. Wir haben Erkenntnisse sehr wohl aus der Kinderpsychologie. Warum schicken wir Männer in die Kitas und hoffen, dass sie dort Erzieher sind? Warum versuchen wir in Grundschulen junge Männer dazu zu bekommen, Grundschullehrer zu werden? Weil erwiesenermaßen Kinder beide Geschlechter erleben müssen, sich auch daran reiben müssen. Warum soll ein ausgerechnet der Staat im Adoptionsrecht, eines der sensibelsten Rechte, weil es um Dritte geht, um Kinder, um Schutzlose, wehrlos, warum soll er dort nicht mit ganz besonderer Sorgfalt vorgehen und die Beste und tatsächlich auch die verbreitetste Konstellation in unserem Land, die der Mann und Frau wählen? Ich meine, das ist richtig und wir sollten dabei bleiben. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nilo Wanders wollte und dann ist ja gut dran. Ich wollte eigentlich, Politik, alles schön und gut, ist richtig, muss geklärt werden, aber was ist eigentlich mit den Gefühlen dabei? Sie postulieren immer, als ob das das Ideal wäre, wenn Vater und Mutter und Mann und Frau zusammen die Kinder aufziehen. Das kann also ein schreckliches Unglück auch sein. Aber daraus kann man auch nicht das Recht ableiten, es den anderen zu verwehren. Aber daraus kann man auch nicht sagen, dass es generell nicht geht, weil es funktioniert in der Mehrheit der Fälle. Überall, wo es nicht funktioniert, ist es eine Katastrophe fürs Kind. Überall da, wo der Staat nicht rechtzeitig eingegriffen hat, ist es eine Katastrophe fürs Kind. Das müssen Sie mir belegen, das glaube ich einfach nicht. Das ist... Ja, Herr Riebesal meldet sich, und zwar Bruno Frank, gleich in Reihe 1. Eine Lanze für die Familie. Eine Lanze für die Familie. Und ich möchte mal hier ein bisschen mehr um Barmherzigkeit bitten, gerade bei den Vertretern für den Familienschutz. Ich bin Lehrer und jeden Tag sehe ich meine Kinder und sehe meine Schüler und Schülerinnen und sehe die Eltern, die dahinter stecken. Und in ganz vielen Fällen sind das tolle Frauen, die dahinter stehen, die jeden Tag einen ganz harten Job machen. Und diese Mütter, die werden hier auch ausgegrenzt. Da sagen sie, es ist toll, wenn sie mit Mann und Frau zusammenleben und ihre Kinder haben. Aber es sind auch Tausende von Familien, wo die Frauen, oft sind es Frauen, manchmal auch Väter, alleinerziehend sind. Und auch das sind Familien und das sind ganz wunderbare Familien. Und die haben nicht nur Defizite, sondern die haben ganz viel Stärken. Und diese Frauen haben für mich ganz viel Respekt, weil die nämlich jeden Tag, Tag ein, Tag aus, ohne diese ideologischen Grabenkämpfe, ihren Job einfach machen und tolle Mütter sind. Okay, Frage sofort verstanden. Wir zurück, Frau Bitterförder, mit der Feststellung dessen, was in Ihren Augen sozusagen eine normale Familie ist. Diskriminieren Sie vielleicht auch unbewusst tatsächlich Frauen, die alleine ihre Kinder in den Brust ziehen? Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Ich habe größten Respekt vor allen, die Kinder aufziehen, weil ich auch weiß, was für ein wirklich harter Job das auch ist. Das ist ein härterer Job als manch anderer. Und deswegen habe ich immer größten Respekt, auch vor Männern, vor Vätern, vor jedem, der Kinder erzieht, habe ich größten Respekt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber klar ist doch, wir reden ja hier jetzt nicht von Gefühlen von Einzelnen. Ich kann auch nicht in Einzelnen, niemand von uns kann in eine einzelne Familie hineinschauen und kann sagen, so ist es, das ist und da am besten und da am besten. Es geht doch hier um eine Rechtsfrage, um ein Gesetz, reden von Gesetzen. Und da muss natürlich der Gesetzgeber, das ist einfach klar, er muss schauen, dass er tatsächlich das Beste nach Objektivem und Wissen und Gewissen feststellt. Aber nun hat er eben ja gesagt, wie heute das Bundesverfassungsgericht schon pro Komo entschieden hat. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch zum Beispiel, gerade mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz seinerzeit, gesagt, dass eben, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft von zwei Gleichgeschlechtlichen etwas anderes ist als die Ehe. Es hat gesagt, es ist ein Aliot, etwas anderes. Damit hat es erlaubt, weil es etwas anderes ist, dass wir überhaupt hier rechtlich etwas regeln dürfen, was wir für nicht-eheliche, heterosexuelle Paare, die heiraten könnten, nicht regeln dürfen. Das ist jetzt verfassungsrechtliches Hochrecht, das interessiert die Zuschauer wahrscheinlich nur mit. Nun kämpfen aber sogar CDU-Abgeordnete in dieser Fraktion von Frau Reichel genau für dieses Recht, oder besser gesagt für ein neues Recht, das sie gleichstellt. Jens Spahn ist dabei, andere Kollegen, die homosexuell sind, die für die komplette Gleichstellung plädieren. Ich verstehe es nicht. Treten Sie jetzt aus der CDU aus, oder wie sehen Sie Ihre politischen Konsequenzen aus? Nein, nein, nein. Ich werde nicht aus der CDU austreten, weil einige da eine Meinung vertreten oder Dinge vorantreiben, die ich nicht gut finde. Ich denke gar nicht dran. Das würde vielleicht dem einen oder anderen gefallen, aber das werde ich sicherlich nicht tun. Ich verstehe das wirklich nicht. Es gibt gerade im Zusammenhang mit Bundesverfassungsgericht, es gibt Urteile für die Familie, um die Familie, die nämlich tatsächlich, und zwar alle Familien, ob alleinstehend oder insbesondere aber auch die ganz normalen Familien, Vater, Mutter, Kinder, sind finanziell in diesem Land extrem benachteiligt. Insbesondere in den Sozialversicherungen, aber auch steuerlich. Da hat das Bundesverfassungsgericht bereits vor 20 Jahren ein klares Urteil gesprochen, dass diese Benachteiligungen abzuschaffen sind. Das letzte Urteil war 2001. Da hat sich bis jetzt noch niemand aus der CDU, also noch niemand will ich nicht sagen, aber es haben sich da noch keine Gruppen gebildet, der Parlamentarier, um zu sagen, das sind Urteile, die sind bereits 20 Jahre alt. Das ist das Thema des Familiensplittings. Das machen wir gleich. Ich möchte nur den Punkt setzen unter die Frage, ob und wie sehr Adoptionen von Kindern in gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder aber eben in die Ehe sich in der Qualität unterscheiden. Und jetzt schauen Sie bitte mal mit mir gemeinsam, was eine Studie, schon angesprochen, des Bundesministeriums für Justiz erbracht hat, weil eben auch das Justizministerium dafür gerne Belege wollte. Wie schaut das aus mit der Qualität? Insgesamt unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Nur wenig und wenn, dann in positiver Weise von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Familienformen aufwachsen. Es erwies sich somit nicht die Familienkonstellation als bedeutsam, sondern die Beziehungsqualität der Familie. Frau Befer-Förter heißt auf gut Deutsch, Liebe ist wichtiger als die sexuelle Ausrichtung. Warum können wir uns eigentlich nicht darauf verständigen? Liebe ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja völlig klar. Und ich würde niemanden absprechen, auch niemanden, der homosexuell lebt, solchen Partnerschaft lebt, dass er nicht ein Kind lieben kann oder Kinder lieben kann. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Ich glaube wirklich, es kommt einfach darauf an, dass wir mal schauen, was ist eigentlich natürlich. Und die Kinder wachsen ja nicht auf den Bäumen, sondern sie werden von Müttern und Vätern gezeugt. Mann und Frau sind einfach der natürliche Vater und Mutter von Kindern. Und die Ehe ist etwas, was, ja, Mann und Frau passen zusammen wie der Schloss und der Schlüssel. Zum Stichwort Leben. Aber kreuzig ist immer ein Stich. Auch physiognomisch. Und das hat alles seinen Sinn. Und das ist etwas, wovon ich tief überzeugt bin, dass dieser ganze Sinn... Das ist die Sexuallehre der katholischen Kirche. Die ist aber nicht Grundlage unserer Gesellschaft. Grundlage unserer Gesellschaft ist die Verfassung, die alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen respektiert. Die auch nicht sagt, dass die Frau dem Manne untertan sein soll und dergleichen. Das darf man alles glauben in einer Religionsgemeinschaft. Das kann man aber nicht zur gemeinsamen Grundlage eines Gemeinwesen machen, wo Menschen drin sind, die so etwas glauben und Menschen drin sind, die anders glauben. Maren Kräumann, das ist bei den Muslimen genauso wie bei den Hindus und bei den Christen. Also Herr Beck, also an der Stelle muss ich... Und der Mensch ist ein soziales Wesen und wir sind nicht nur im Karnikl-Stall. In allererster Linie ein biologisches. Maren Kräumann, Frage auch an Sie. Warum verständigen wir uns eigentlich nicht darauf, dass die Liebe das Entscheidende ist? Das sage ich ja, ist ja mein Reden. Also physiognomisch, dass Männer und Frauen physiognomisch besser zusammenpassen, kann man streiten. Wie sagten Sie Schloss und Schlüssel? Also finde ich, kann man absolut bestreiten. Ich finde, ich passe sehr gut an Frauenkörper. Ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung. Aber ich kann es ja Ihnen nicht beweisen. Und ich kenne auch... Nee, 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 es war kein Angebot. Es war kein Angebot. Nein, aber es gibt zum Beispiel bei lesbischen Paaren, kenne ich die Konstellation, dass die natürlich Lesben haben mit einem Mann dieses Kind gezeugt. Das heißt, letztlich hat dieses Kind vier Großeltern von den beiden Müttern und noch ein Großelternpaar von dem Mann, der es gezeugt hat. Weil das oft sehr gut funktioniert. Das heißt, dieses Kind hat letztlich drei Elternteile. Und nein, gar nicht. Die müssen gar nicht zusammenleben. Aber es hat einen Vater und es hat auch eine männliche Bezugsperson. Das kann sehr gut klappen. Also ich finde auch wichtig, dass Kinder mit verschiedenen, also mit beiden Geschlechtern konfrontiert werden. Aber da finde ich zum Beispiel, was mir immer auffällt bei den Schulen, warum setzen sie sich nicht wirklich dafür, Sie haben gerade davon gesprochen, aber es sind ja Erzieher, es gibt kaum Erzieher, die Kinder haben, bis sie zehn sind oder so, gibt es, die sind alle Lehrerinnen, sind Frauen und die Erzieherinnen sind auch Frauen. Dann muss man diesen Beruf aufwerten, was auch Männer ihnen machen. So, zum Beispiel. Und es liegt auch am Geld. Wenn Ihnen das so wichtig ist, sollten Sie sich dafür einsetzen. Aber wenn zum Beispiel ein, ich kenne das aus einer Kita, wenn ein Mann sich bewirbt, wird er schräg angeguckt, so ungefähr, das wird ja ein Pädophiler sein, wenn ein Mann den Job macht, den eigentlich nur Frauen machen, dann muss ja was komisch sein. Also das ist auch eine Realität. Was glauben Sie, Sie sind gleich dran, Herr Gut, was glauben Sie, Maren Kräumann, das dahinter steckt? Im konservativen Spanien, im konservativen Irland kann man mittlerweile Kinder adoptieren und kann heiraten, wenn man homosexuelle Partnerschaften lebt. Warum sind wir Deutschen da päpstlicher als der Papst? Um jetzt mal im Sinne des Wortes zu bleiben. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie funktionierte in Deutschland Diskriminierung? Sie haben selber erzählt, dass Sie irgendwie vor 20 Jahren sich geoutet haben, also in der Zeit lang auch heterosexuelle Beziehungen gelebt haben. Ja, in den ersten 20 Jahren war ich heterosexuell und dann habe ich mich in eine Frau verliebt. Ich bin quasi über den zweiten Bildungsweg gekommen. Geht gut. Eine Spätberufende, genau. Und haben welches gesellschaftliche Bild vorgefunden? Wie sehr wurde man in dieser Zeit diskriminiert und was hat sich bis heute verändert oder nicht verändert? Ich bin Jahre 49, in meiner Kindheit kannte ich das Wort Homosexualität nur in Verbindung mit Verbrechen, dass Kinder ermordet wurden. Ich weiß ja, ich lebte in Tübingen, in Stuttgart wurde ein Kind auf furchtbare Weise ermordet und es war ein pädophiler Mörder. Und es wurde dann gleichgesetzt, Pädophilie, Homosexualität und Verbrechen. Also ich kannte keine Schwulen oder es wurde mal über einen Schwulen irgendwie geredet und meine Eltern machten sich so ein bisschen lustig. Es war nicht böse gemeint, aber naja, Lesben kannte ich überhaupt nicht, außer aus historischen Erzählungen über die 20er Jahre, diesen Begriff. Das gab es nicht. Das heißt, es ist auch viel schwerer gewesen, wenn ich jetzt entdecke, dass ich Frauen liebe, mich tatsächlich dazu verhalten und offen zu sein und nicht zu lügen. Also für mich ist eine Frage, auch an die katholische Kirche immer, wie wichtig ist das Gebot, du sollst nicht lügen. Denn das, was Sie sagen, führt eigentlich dazu, dass ein Doppelleben normal ist, dass man eben vertuscht, dass man eine Beziehung hat, dass man eben das Kind zum Beispiel adoptiert alleine und vor dem Amt sagt, ja, ich will das alleine adoptieren. Und man verschweigt zum Beispiel die Partnerin, die man hat, so. Das führt doch zu Lügen und wir haben eine Situation gehabt, als ich mich geoutet habe, wo einfach diese Verlogenheit unerträglich war. Und die ist ja heute noch in konservativen Kreisen eigentlich unerträglich. Und ich wundere mich, dass niemand aus Ihren Kreisen sich gegen diese Verlogenheit wendet. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie darunter zu leiden hatten, nachdem Sie sich bekannt haben und gesagt haben, ich liebe eine Frau? Also erstmal kam viel Negatives natürlich in der Presse, wo du sagst, die will sich jetzt wichtig machen, so ähnlich wie das, was Sie geschrieben haben. Ah, das eine, die will jetzt Karriere machen, weil sie lesbisch ist. Das, also hätte ich gemerkt, wenn ich Karriere gemacht hätte, dann hätte ich das echt gemerkt. Auch eine Möglichkeit. Nein, das hätte ich echt gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass in dem Jahr darauf, also man kann ja immer schwer sagen, warum man keine Angebote mehr kriegt. Die kommen ja nicht auf einen zu und sagen, Sie sind eine blöde Lesbe. Ich kann sie sowieso nicht leiden. Und feministisch sind sie auch noch. Und Sie wirken auch noch so intellektuell, was das Schlimmste ist von allen drei Sachen. So, Sie kriegen bei mir keine Rollen mehr. Sondern Sie merken einfach irgendwie, Sie kommen nicht mehr vor. Die Leute denken nicht mehr an Sie. Und ich bin ja eigentlich sehr optimistisch, glaube an das Gute im Menschen, auch an die Toleranz. Und dachte dann, naja, wenn ich jetzt keine Rollen kriege, vielleicht habe ich nicht gut genug gespielt. Und später, als es wieder sich beruhigt hatte, kamen dann relativ viele Kollegen, Kolleginnen, Freunde und sagten mir mal, steckten mir das so. Ja, ich habe die schon mal vorgeschlagen, auch Drehbuchautoren oder so. Ich habe das schon versucht und immer, wenn dein Name fiel, so. Das heißt, ich muss mittlerweile eigentlich davon ausgehen, dass da irgendwie doch ein System dahinter war. Obwohl ich das gar nicht glauben möchte, weil ich doch die Menschen so tolerant und liberal gerne habe. Herr Gut ist jetzt dran. Genau, also zum Stichwort Liebe, das war sehr interessant, das ist ein bisschen schnell vielleicht drüber hinweggesurft. Also es wurde gesagt, die Liebe soll doch entscheidend sein. Es gibt eine interessante Aussage von einem indischstämmigen amerikanischen Riedenschreiber, Denker, Philosophen, Dinesh Zusa. Der hat mal geschrieben, ja, Liebe kann nicht das Kriterium sein. Sonst kann ja jemand kommen, das ist das Zitat jetzt von diesem amerikanischen Philosophen, kann jemand kommen und sagen, ich liebe ein Pferd. Also man kann sagen, ich liebe ein Pinguin. Liebe allein ist nicht das Kriterium. Bei der Ehe, bei dieser Regel ist etwas anderes dann. Ich wollte aber jetzt nochmal zurückkommen auf den Punkt, was Sie gesagt haben, dass Sie jetzt da diskriminiert würden. Ich sehe etwas ganz anderes, ich bin auch ganz schnell weggegangen. Frau Reiche, wir haben diese Hass-Mails gesehen, die Seite ist zusammengebrochen. Vorher haben wir die beiden schwulen Väter gehört, sie haben gesagt, nur Zuneigung erfahren. Nie hat jemand ein negatives Wort gesagt. Aber hallo, wo sind wir denn heute? Man wird, also man erntet Hass, man wird angepöbelt, wenn man was Kritisches sagt gegen das. Wenn man aber schwulen Ehe lebt, dann haben die beiden Herren bezeugt nur Zuneigung. Also das ist eine vollkommen schräge Wahrnehmung. Also ich kann Ihnen gerne mal meinen Account und meine Facebook-Seite zeigen, aber ich jammer darüber nicht. Als ich diesen Artikel veröffentlicht habe, der Artikel war völlig nüchtern, locker, es ging darum, mit ein bisschen Ironie geschrieben, es ging darum zu zeigen, na halt mal, es ist doch heute nicht mehr so, dass schwulen Lesben diskriminiert werden. Es gab in Zürich, der Anlass war diese Gay Pride, international, europäisch, Riesenanlass. Die Stadt hat zum Beispiel Regenbogenfahnen gehisst, die Zürcher Polizei hat Inserate geschaltet. Für die Regenbogenfamilien, genau. Sie hat dann Inserate geschaltet mit Handschellen, rosarote Handschellen, mit rosa Plüsch, hat gesagt, kommt bitte zur Polizei. Die Armee hat ein Leitbild, die wollen Schwule aufnehmen. Es ist gar keine Frage, es haben sich zig Großunternehmen von Coca-Cola über Gambari bis zu anderen Firmen gemeldet, die sagen, wir wollen das unterstützt, wir wollen sponsern, weil es cool ist. Also man muss doch heute nicht mehr so tun, dass das Opfer sind, dass sie diskriminiert werden. Und Sie sagen, es geht Ihnen auf den Kriegs? Der Sturm auf die Homepage von Frau Archib sagt, genau das. Es geht Ihnen auf den Kriegs, dass Sie sich so angesprungen fühlen, der durch. Dieser Opfer geht mir auf den Kriegs. Okay. Was hat dann, der Herr Beck hat nachher in der Welt, die Artikel waren überall nachgezuckt, bis nach Polen, auch in der Welt, in Berlin. Offenbar ist das ein Bedürfnis, dieser Kritik ist man sich offenbar nicht gewohnt, das braucht es. Es war etwas Neues, alle beten da politisch korrekt nach, wie arm und diskriminiert die Schwulen und Lesben sind. Das, glaube ich, stimmt überhaupt nicht mehr. Herr Beck hat dann mich im Artikel, wörtlich hat er geschrieben, ja, Sie machen das mit der Feder, andere gehen gewalttätig auf Schwule aus. Ich meine, da verbitte ich mir einfach, wenn man ein Zeitphänomen, ein Zeitphänomen, wenn man gewisse Auswüchse kritisiert bei Schwulen, dann ist doch das normal und eine Minderheit ist dann normal, wenn Kritik möglich ist. Ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Sie können, Sie dürfen nicht alle Bullets immer auf einmal verschießen. Nein, ich habe noch viele, kein Problem. Nein, um Himmels Willen, ist ja auch schön, wenn wir immer noch mal zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben. Fühlen Sie sich also dadurch diskriminiert, wenn Volker Beck zum Beispiel sagt? Nein, ich fühle mich nicht diskriminiert, ich staune einfach, wie verkrampft die Diskussion ist. Ein Beispiel. Sie sagen, eigentlich haben die Schwulen und Lesben alles erreicht. In der Schweiz gibt es ein berühmtes Behindertentheater, Theater Hora. Die haben in den ersten drei Jahren, als sie aufgetreten sind, nur positive Kritiker bekommen, weil niemand getraut ist, sich behindert zu kritisieren. Dann kam eine erste Kritik, dann hat gesagt, ja, das Theater ist doch nicht so toll, diese Schauspieler haben vielleicht nicht so perfekt agiert in allen Situationen. Danach kam der Präsident, also der Chef dieses Theaters und hat gesagt, Gott sei Dank, jetzt sind wir akzeptiert, jetzt wird normal über uns, jetzt werden wir ernst genommen. Bei den Schwulen ist das genauso. Das ist erst dann normal, wenn Kritik an bestimmten Auswüchsen, an Exzessen möglich ist. Die schwule Community ist doch nicht in allen Bereichen einfach irgendwie heilandmäßig besser als andere Leute. Na, bitteschön, Machismo wird da die ganze Zeit bei Männern kritisiert. Man kann doch auch Auswüchse der Schwulengemeinschaft kritisieren. Und das haben Sie gemacht, weil Sie fanden, dass die Lovecraft und die Zürichere offensichtlich eben... Diese Betupftheit und ständig mit der Nazikeule kommen, Minderheit haben wir in Deutschland schon immer verfolgt. Okay, Sie haben halt gesagt, jetzt machen wir mal einen Punkt. Herr Beck, Sie haben anschließend gesagt und diesem Autoren und Journalisten unterstellt, dass er homophob sei. Wer diskriminiert eigentlich wen? Ja, ich würde sagen, er versucht, verzweifelt uns zu diskriminieren, aber trägt nicht mehr so richtig damit durch. Deshalb finde ich diese Debatte eigentlich ziemlich müde. Also ich habe beste Freunde, die sind schwul bis hinter alle Ohren. Das hat man immer schon gesagt. Das ist doch nicht das Problem. Wenn ich homophob wäre, würde ich das nicht machen. Ja, das ist übrigens ein Standardsatz, der... Das ist ein Standardsatz, wenn man keine Argumente mehr hat, dann ist man homophob. Ich kann überhaupt Argumente äußern, wenn Sie mich noch zu Wort kommen lassen. Wenn man ein bisschen kritisiert, dass da... Wollen wir einmal nochmal einen Punkt machen und den Volker Beck fragen, wo er sich... Über die Adoption haben wir jetzt schon gesprochen, über das Recht, auch Kinder erziehen und großziehen zu dürfen. Wie sehr fühlen Sie sich diskriminiert dadurch, dass dieses Ehegattensplitting eben immer noch Schwule und Lesben ausschließt, nun ja aber in einem im Grunde genommen parteiübergreifenden Konsens durch das Familiensplitting ersetzt werden? Der Einzige, der noch überredet werden muss, ist Wolfgang Schäuble, wenn ich so die verstanden habe. Ich muss sagen, ich fühle mich deshalb nicht diskriminiert, sondern es ist einfach objektiv eine Diskriminierung für die Menschen, die es betrifft. Und da ich verwitwet bin, kann mich das Ehegattensplitting grundsätzlich nicht tangieren, weder in der einen noch in der anderen Form. Es geht aber auch nicht um persönliche Gefühle, sondern es geht darum, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, wenn sie die gleichen Voraussetzungen erfüllen, die gleichen Pflichten übernehmen. Ich bin aber gar kein Freund des Ehegattensplittings, das möchte ich schon auch mal klarstellen. Ich finde es eine unvernünftige Förderung einer bestimmten Familienform oder Lebensform, die eben nicht den Menschen mit Kindern zugutekommt. Und ich würde gerne das Ehegattensplitting auf eine vernünftige Kompensation für die Unterhaltsverpflichtungen abschmelzen und dieses Geld nehmen für eine Kindergrundsicherung, wo ich pro Kopf, pro Kind den gleichen Betrag gebe. Weil das mit allen Splittingmodellen, auch mit dem Familiensplitting, geben sie den reichen Familien mehr Geld als den Familien, die es am dringendsten brauchen. Und sie geben es den Ehepaaren mehr, wo der Einkommensunterschied zwischen Mann und Frau maximal ist. Diejenigen, die nämlich gleich viel verdienen, sich Familienarbeit und Erwerbsarbeit verteilen, die haben vom Splitting keinen Cent Vorteil. Nochmal die Frage an Lilo Wanders. Auch dafür kämpfen jetzt natürlich Schwulen- und Lesbenverbände, nämlich um das Ehegattensplitting und damit um die komplette Gleichheit auch in der Steuersetzgebung. Aber dahinter steckt ja tatsächlich wieder die Frage, warum setzt man sich für etwas Altes ein, das ja im Grunde genommen nur die alte Ehe schützt. Und warum kämpfen die Schwulen und Lesben nicht für ein Familiensplitting oder für das Unterstützen und Fördern der Kinder? Weil es erstmal darum geht, wirklich eine Gleichheit herzustellen, aus Gerechtigkeitsgründen. Und danach können wir meinetwegen, nein, nein, das ist kein Quatsch, es geht wirklich um Gerechtigkeit. Wir können den Quatsch sofort abschaffen, dann stellen wir das gleiche Rechte auf dem neuen Niveau her. Und wenn wir alle die gleiche Rechte haben, dann können wir meinetwegen die bürgerliche Ehe abschaffen und jeder kann sich segnen lassen und fertig ist die Laube. Und die Kinder sollen gefördert werden, wobei nicht ein Kind mehr geboren wird, wenn es dafür eine Prämie gibt, das halte ich auch für Quatsch. Aber wenn sie erstmal da sind, dann sollen die Kinder unterstützt werden und nicht irgendwelche Ehepaare normaler Art, in Anführungsstrichen, wo der Kerl das Geld verdient, die Frau muss nicht arbeiten und dann kriegen sie noch Steuervorteile. Also ich bin einfach gegen diese Ungerechtigkeit. Okay, und das heißt, diese Ungerechtigkeit, auch wenn sie im Grunde genommen, oder die Ungleichheit muss erkämpft werden oder bekämpft werden, auch wenn es Unsinn ist, der dahinter steht? Wenn wir die Ebene erstmal erreicht haben, dass alle den gleichen Unsinn zugestanden bekommen, dann können wir es abschaffen. Okay, Frau Reichen, wie sehr, das ist jetzt auch hochinteressant, wie sehr werden Sie eigentlich noch für das alte Familiengattensplitting kämpfen oder aber nutzen jetzt die Chance, entschuldige, das alte Ehegattensplitting, oder aber nutzen jetzt die Chance und setzen sich schlauerweise für das Familiengattensplitting ein, weil man das auch viel besser argumentieren kann, weil es ja wirklich um die Kinder geht, wie Sie sagen. Also ich setze mich seit zehn Jahren für das Familiengattensplitting ein, weil ich davon überzeugt bin, auch damals sehr zum Entsetzen einiger im Wahlkampf 2002, weil ich tatsächlich eine kluge Unterstützung finde, weil es auf das Kindswohl zieht und Erziehungsleistung honoriert. Jetzt aber doch nochmal was zum Ehegattensplitting. Ich habe mal was Interessantes gesagt. Das ist irgendwie alles gleich und Mann und Frau oder Frau und Frau und Frau und Mann. Ich sehe das eben nicht so und das kann auch nicht gleich sein. Wenn wir nicht immer wieder auch daran erinnern, welche Konzeption hinter einem bestimmten Begriff steht, wenn wir nicht auch daran erinnern und deutlich machen, dass es eben schon auch um die dauerhafte Beziehung und ums Kind an die Welt setzen und um eine Generationenfolge geht, gehen hinter Begriffen auch Ideale. Aber das sagt ja selbst Ihre Familienministerin. Frau Schröder sagt ja, dann übernehmen Menschen füreinander so viel Verantwortung, dass die Familienministerin selbst konservative Werte und Ziele der Gesellschaft verwirklicht sehen in einer homosexuellen Beziehung. Christina Schröder hat völlig recht und das Lebenspartnerschaftsmodell setzt ja auch auf diese Partnerschaft. Und dennoch meine ich, und hier unterscheide ich mich von Christina Schröder, da gibt es halt einen Unterschied zwischen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe und ich möchte diesen Unterschied gerne behalten. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Nein, Herr Beck, ich erkläre ja die ganze Zeit. Das Problem ist, dass Sie es doch gar nicht hören wollen. Und dass die Lebenspartnerschaft von Herrn Westerwelle und Herrn Mronn unterscheidet sich jetzt worin genau in Ihrer Funktion für die Gesellschaft. Das hätte ich gerne mal verstanden. Ich verstehe es nicht. Ich würde es gerne einfach schlauer aus der Sendung rausgehen, als ich hineingegangen habe. Die Frage lassen wir zu. Worin unterscheidet sich die Partnerschaft von Herrn Westerwelle und Michael Mons von der von Herrn Sauer und Angela Merkel? In Ihrer Funktion für die Gesellschaft. Ja, weil die einen bekommen ja das Splitting, die anderen nicht. Die leben wahrscheinlich in ziemlich ähnlichen Einkommensverhältnissen, haben beide gemeinsam keine Kinder. Aus einer Unterschiedlichkeit heraus, die das Grundgesetz begründet und zu der ich stehe. Nochmal, Herr Beck, wir kommen da tatsächlich nur noch ein... Das Grundgesetz gibt es gerade nicht her, hat das Bundesverfassungsgericht, das gewöhnlich zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes ist. Wissen Sie, Herr Beck, ich bin nicht für die Auslegung des Grundgesetzes zuständig, das muss ich auch nicht sein, sondern ich vertrete eine politische Haltung und eine persönliche Meinung und zu der stehe ich auch. Meine persönliche Meinung ist, dass Sie Rechte und Pflichten zugestanden bekommen haben. Das Institut Lebenspartnerschaft genießt einen Schutz, das ist gut so und dennoch muss es einen Unterschied geben zu Ehe, weil nur aus einer Verbindung zwischen Mann und Frau Kinder hervorgehen können. Das ist um der Umwege sicherlich auch anders möglich, aber ich glaube, dass es nicht Aufgabe des Staates ist, Umwege zu ermöglichen, sondern tatsächlich für ein Modell zu werben, diesen breiten Raum zu geben, was weit über 80% in unserem Land leben. Wir definieren, was ein Unterschied ist. Frau Merkel hat sich dazu auch geäußert und hat klare Worte gefunden. Ich sage an dieser Stelle, politisch wünsche ich mir oder ist meine Überzeugung, dass es gut ist, wenn Ehe und Familie doch noch etwas deutlich besser gestellt werden. Hat uns das weitergeholfen? Hat uns das weitergeholfen? Sie wollten es verlieren, aber Sie wollten es noch mal gesagt haben. Hat uns das weitergeholfen? Was ist etwas freundlich? Das war das Sommerinterview Angela Merkel in der ARD am letzten Sonntag. Was ist etwas deutlich besser gestellt? Ich glaube, dass Angela Merkel in ihrer eigenen Art, aber wiederum für mich zumindest sehr deutlich gesagt hat, dass sie für den Schutz von Ehe und Familie steht und die Unterschiede beibehalten möchte. Das zumindest meine ich sehr deutlich bei meiner Kanzlerin herauszuwirken. Sie sind zwischen Baum und Korken. Es gibt ja auch noch ganz andere Lebenspartnerschaften, die überhaupt gar nicht irgendwie mal vorkommen. Und das finde ich eigentlich das Beeindruckende. Und da, finde ich, sollten Sie, Herr Beck, auch mal eigentlich gleich mal noch was zu sagen. Es gibt ja zum Beispiel Lebenspartnerschaften von Geschwistern, die wo der eine für den anderen sorgt. Die tun genau das, was sie sozusagen für die gleichgeschlechtlichen, sexuellen Partnerschaften in Anspruch nehmen und womit sie also den Anspruch begründen, dafür sozusagen mit einem Splitting-Vorteil eben so bedacht zu werden, wie es eben Ehepaare, wie ihn Ehepaare genießen können. Es gibt zum Beispiel Töchter, die mit ihren Müttern zusammenleben, wie ihre Mütter pflegen oder die ihre Väter pflegen oder Söhne. Das sind alles Leute, das sind alles Familienbeziehungen, das sind Lebensgemeinschaften, wo einer für den anderen Verantwortung übernimmt und zwar lange einsteht, die nicht die Vorteile haben, die die eingetragene Lebenspartnerschaft bietet. Die werden nämlich wirklich diskriminiert. Das sind die Gruppen in unserer Gesellschaft, die tatsächlich diskriminiert werden. Sie sollten sich mal ein bisschen im Familienrecht schlau machen. Also so schlau bin ich, dass ich das wohl weiß. Ja, aber natürlich sind Mütter und Töchter oder Geschwisterbeziehungen sind natürlich familienrechtliche Konstellationen, die immer schon geregelt sind. Aber nicht mit Splitting. Nein, Sie können gerne darüber reden, dass Sie zum Beispiel das Inzestverbot im Familienrecht aufheben wollen und dass diese dann auch sich lebenslang, genau wie Lebenspartnerschaften und Ehegatten, zu gegenseitigen Unterhaltsverpflichten... Also soll ich jetzt das Kitting den Sex irgendwie prämieren? Oder wie ist das eigentlich? Das Familienrecht interessiert sich genauso wenig wie das Steuerrecht für den Sex und die Zeiten, wo in den 50er Jahren suggeriert wurde im Familienrecht, man könnte notfalls den ehelichen Geschlechtsverkehr durch Gerichtsvollzieher vollstrecken, sind auch im BGB vorbei. Nein, wenn Sie wollen, dass die beiden, Mutter und Tochter, die das, was auf dem Standesamt macht... Nein, nein, ohne Sex, es geht überhaupt nicht. Sie sind nur so Sex besessen, das finde ich so erstaunlich. Auf dem Standesamt unterschreiben zwei Personen einen familienrechtlichen Vertrag, davon gibt es zwei, nämlich die Ehe und die Lebenspartnerschaft. Gegenwärtig scheitert, dass zwei Geschwister oder Mutter und Tochter einen solchen Vertrag dort auch unterschreiben können, am Inzestverbot im Familienrecht. Wenn Sie... Ja, so steht das... Ich habe die Gesetze nicht gemacht, die sind aus dem 19. Jahrhundert, da bin ich wirklich weitgehend unverantwortlich dafür. Ich finde die auch nicht völlig unvernünftig an diesem Punkt, aber wir können natürlich darüber reden, dass wir dieses Ehehindernis oder Lebenspartnerschaftshindernis beseitigen. Wenn das die Forderung des Familienschutzbundes ist, müssen Sie sie nur aufschreiben, dann beschäftigen wir uns mit der Petition, die Sie da entsprechend einreichen. Ich wollte jetzt mal die Lebenssachverhalte regeln, wo es Menschen in der Gesellschaft gibt, die wirklich zu uns kommen und sagen, wir wollen gleiche Rechte, wir wollen den Schutz des Rechtes. Ich habe solche konstruierten Fälle, die ich in Diskussionen immer sehe, im wirklichen Leben, in einem Brief einer betroffenen Bürgerin und einem betroffenen Bürger, das in meinem Büro noch nicht erlebt. Und ich erlebe aber, dass auf jeder Podiumsdiskussion, in jedem Fernsehstudio, gibt es diese Fälle immer wieder, die es offensichtlich im realen Leben nicht gibt. Aber diese Leute wollen diese Rechtssituation nicht. Und steuerrechtlich werden natürlich reale Unterhaltsleistungen in der Familie natürlich seit eh und je rechtlich anerkannt. Also, wer am lautesten schreit, der soll auch am meisten bekommen. Oder wie ist das zu verstehen, Herr Wendt? Seien Sie doch einfach ein bisschen sachlich. Wir haben tatsächlich über die Familie geredet an dieser Stelle, über eingetragene Partnerschaften, über homosexuelle Beziehungen und über die normale Ehe. Und schaffen es jetzt nicht mehr, über die Kinder- und Mütter- und Väterbeziehungen zu reden und über das, was gegebenenfalls Töchter ihren Vätern und ihren Müttern noch angedeihen lassen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir sind fatalerweise schon am Ende einer sehr wichtigen und einer sehr munteren Diskussion. Ganz herzlichen Dank an alle Gäste. Ganz herzlichen Dank auch an Frank und Frank-Bono-Riebesal in Reihe 1. Total schön, dass wir Sie bei uns hatten heute. bei Markus Lanz sitzen jetzt hinter Beckstein, ein alter Bekannter der CSU und einer Allzeitaktivistin Hanna Poddich. Nämlich, Sie bleiben einfach dran. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wenn Sie mögen, um 22.15 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bleiben Sie heiter, irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.